Hallo meine Lieben, heute im Magischen Spiegel eure Tagesenergie für Montag, den 4.4.2016. Ja, da hätten wir den Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen ist eine Atmosphäre oder verkörpert eine Atmosphäre von Sicherheit. Von Sicherheit, von sicherem Trott, von Möglichkeiten in unserem Umfeld. Oder einfach, ja, also die wirklich sicher und beständig sind, das dürfte finanziell auch ganz gut sein an diesem Tag. Und die Münzkarten, die stehen auch im weiteren Sinne auch für Sinnlichkeit und für Gesundheit. Also eigentlich ist es ein Tag von Stabilität sozusagen, in jeder Hinsicht. Diese Tageskarten, die sind einfach wie so ein roter Faden durch den Tag, kann man sich vorstellen. Und das heißt jetzt nicht, dass der Tag deswegen so super gut ist, nur weil da eine gute Karte liegt. Es hat aber die Tendenz, ein guter Tag dann auch zu werden. Am Ende vom Tag versteht man dann meist die Bedeutung. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Liken, Teilen und fürs Zuschauen und fürs Abonnieren. Ja, ich mache auch noch andere Legungen und Beratungen. Falls ihr eine persönliche Beratung wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben per Mail oder bei anderen Anliegen. Erweiterte Tagesauswahl mache ich auch und so weiter. Gut, vielen herzlichen Dank und eine schöne Woche wünsche ich euch. Bis dann. Tschüss.